Ich... Action! Boah, was ist denn hier los? Boah, das ist Bescherung! Warte, was ist das denn? Boah, was steht denn da dran? Das kann man gar nicht im Dunkeln lesen. Schieb den mal ins Licht. Warte... Irgendwie eine große, viereckige Kiste. Könnte ein Sarg sein oder könnte auch ein... Boah, ein Engel sein. Stefan, bist du froh? Schon, ja. Was soll man sagen? Dein Traum wird wahr, selbst für mich als Schlafzweiler. Und zwar, Stefan hat ihn noch nicht mal gekauft. Der war in der Show, ähm, äh, Gear or Friend. Und da hat er sich dann für, ja, den Engel entschieden. Of course. Ja, ähm, ihr werdet dann nächstes Mal auf der Bühne hören, wie er klingt. Jetzt brauchst du ihn ja auch nicht mehr auf mein Dings zu stellen. Nee, jetzt können wir deine... Haha! Aber da muss doch an, ihr kannst ja oben drauf stellen, ne? Hammer. Mein Alarm! Wecker! Okay, tschau! Wecker! Okay, tschau! Ciao.